Was bitte? Haben Sie mich eingerufen, oder? Wie bitte? Haben Sie mich eingerufen? Mit wem rede ich hier? Hey Leute! Was geht ab? Und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute habe ich einen Special Guest mitgebracht und zwar die Vera! Vera, was geht? Wie geht's dir? Gut, fantastisch. Ich bin super drauf. Ich bin motiviert mitzumachen. Wir haben nämlich was ganz Tolles heute überlegt. Wir rufen einmal vom Festnetz an. Wir rufen ein Lokal an und verbinden parallel dazu. Rufen parallel noch von Gabi und Sandy an und zwingen quasi die Leute dazu, miteinander zu sprechen, weil beide wollen eine Bestellung annehmen und sind dann leicht irritiert. Genau, und das wird richtig lustig. Ich bin auch leicht irritiert, was ich gerade sage. Bleibt einfach dran. Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit dem Video und wir fangen jetzt auch sofort an. Ich rufe eine Bizzeria an und du rufst auch eine Bizzeria an. Ja. Ich rufe jetzt Domino's Pizza. Dann kommen wir ab. Dann kommen wir ab. Oh nein, nein. Okay, Domino. Ich kann mir doch auch Spum machen. Domino's, guten Abend. Hallo? 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 Ja. Ja, guten Tag. Guten Tag. Oh, bitteschön. Ja. Ich rufe jetzt. Ich rufe jetzt. Ich rufe jetzt. Ich rufe jetzt. Ja. Ja, aber ich höre Sie gut. Können Sie Ihre Bestellung sagen? Können Sie bitte nochmal anrufen? Vielleicht? Ja, Sie können nochmal anrufen, wenn ich Sie mich gar nicht höre. Jo. Hallo. Okay. Lass nochmal anrufen. Vera, lass nochmal anrufen. Ey, Leute. Warte, 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 warte. Welcher ging denn zuerst drin? Scheiße. Ah. Leute? Hallo? Hallo? So, schönen guten Abend. Pizza Service. So, bitteschön. Hören Sie mich? Ja. Okay, ja. Zum Glück. Dank für Ihre Bestellung. Bitteschön. Hallo? 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 Ja, ich höre Sie. Sagen Sie mal Ihre Bestellung. Ja. Hier ist die Pizzeria Thumia. Hm? Sorry? Hier ist die Pizzeria Thumia. Nein, Pizzeria Giuseppe. Wollen Sie was Pizza bestellen? Pizzeria. Ja, gerne. Sagen Sie. Ja, bitte schön. Hallo? 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 Ja, das war geil, ne? Hallo? 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 Ja, das war ich nicht. Ich kann nicht mehr ehrlich. Ich kann nicht mehr ehrlich. Das ist gut. Gut im Zock. Guten Abend, willkommen bei SimpelPizza? Bitte? Willkommen bei SimpelPizza? Ja. Sie haben angerufen. Wir haben angerufen. Wie bitte? Ich weiß nicht, sie gab es schlecht. Sie haben uns angerufen, ihre Nummer ist auf anonym. Wir sind SimpelPizza. Ja, hallo. Hallo? Ja, bitte. Sie haben uns angerufen. Ich habe Sie angerufen? Ja. Nee, das war vielleicht ein Fall. Wir sind Pizzalieferdienst. Küsterlieferdienst? Küsterlieferdienst? Pizzalieferdienst, ja. Nee, wir sind selber in der Pizzerie, also... Ja, keine Ahnung. Dann okay, dann chill. Okay, dann chill. Ja, chill. Pizzalieferdienst. 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 Was hat er gesagt? Hast du das gehört? Pizzalieferdienst? Pizzalieferdienst. Okay. Ey, Leute, ich finde das die ganze Zeit voll lustig, ne? Ey, ich finde das auch lustig. Ich wollte meine Emotionen nicht so gut ausdrücken. Alter, Alter, ich lach mich hier im Strahl. Ey, ist ja auch so heiß, wie in den Softbox. Rufen wir zum Schluss Meckes und Burger King an, ne? Du rufst Burger King, ich Meckes. Meckes... Duisburg. Ja, hallo? Bitte, McDonald's. Bitte. Bitte? Hallo? Ja, hallo? Ja, hallo, bitte. Was bitte? Haben Sie mich eingerufen, oder? Wie bitte? Haben Sie mich eingerufen? Mit wem rede ich hier? Mit McDonald's. Hä? McDonald's. McDonald's? Ja. Ja, aber Sie haben Sie mich eingerufen, oder? Nee. Was nicht? Äh, hast du jemanden geholfen? Könighaft? Ja, man kann hier, ja. Nein, nein, nein. Vielleicht, das ist der Burger King. Vielleicht, die jemanden hat sich eingerufen. Hören Sie, Sie rufen gerade jetzt hier an. Ja, bei McDonald's rufen Sie gerade an. Okay, dann vielleicht der andere Kollege hat sich eingerufen, aber sonst ist... Yo, Leute, was geht ab? Das war's auch schon wieder mit unserem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet ein bisschen lachen. Wir wünschen euch ein wunderschönes... Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein bisschen Geld da. Ähm, nein, Spaß. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr scheiße fandet, lasst mir einen Daumen nach unten da. Ich danke euch viel mal, als ihr zugeschaut habt. Wow. Danke für eure Aufmerksamkeit. So, Leute. Das war's auch schon wieder mit unserem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Videos mit Vera leihen wollt, lasst mir einen Daumen nach oben da. Die hat's richtig geil gemacht. Ich muss jetzt das ganze Video schneiden. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, kakao. Ich hoffe, die Qualität ist gut. Und bald 5.000 Abos! Boom.